Franz Josef Pauli ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Der Torwart begann seine Karriere bei Germania Metternich, bevor er zum TSV 1860 München wechselte. Für die Löwen bestritt er in der Saison 1969 70. vier Bundesligaspiele. Nach dem Abstieg wechselte er für ein Jahr zur SPV GG Kochem. 1971 kehrte er in die Bundesliga zurück und spielte für Hannover 96. Für die Niedersachsen kam er bis zum Jahre 1977 auf 94 Bundesligaspiele und, da man zwischenzeitlich auch zweimal abstieg, zusätzlich auf 66 Zweitligaspiele. Von 1977 bis 1982 spielte er dann noch für Fortuna Köln und kam in dieser Zeit auf 163 Zweitligaspiele. Der gelernte Kfz-Mechaniker beendete danach seine Karriere. Die Kfz-Mechaniker beendete dann noch für die Umских Kfz-Mechaniker beendete sich, dann schified es in der Ellen Errung.